Und außerdem sind es die Hochzeiten, die ekstatischen Entgrenzungen, Überschreitungsfeste und Orgien sowieso das I-Tüpfelchen, der Gipfelpunkt der Existenz, an dem die existenzielle Aufklaffenserfahrung korrelierend den Ein- und Ausstülpungsvorgängen am leibhaftigsten erfahren wird, in diesem eloessinischen Gangbangs aller Zeiten, in Voreinübung des Durchschreitens der Pforten von Dicke und Ananke, in Voreinübung der Wiederauferstehung aus den Toten, aus dem Hades, nach den Höllen durchritten, um dann jubilatorisch auf dem Gespann des Helios wieder in den Himmel empor zu fahren, nachdem man die Erfahrung des Alles-Überlebthabenden gemacht hat. Wie角